Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem und den folgenden Videos soll es darum gehen, dass wir uns die einzelnen Sprachkonstrukte von JavaScript oder zumindest einige davon nun im Detail angucken. Dazu schauen wir uns zunächst einmal die ganz elementare Grundstruktur an, wie wir sie in dem Beispielprogramm, mit dem wir potenziert haben, auch schon kennengelernt haben. Dass es nämlich Anweisungen in einem solchen Programm gibt und Blöcke. Ein Programm in einer höheren Programmiersprache besteht grundsätzlich aus einer Folge von Anweisungen. Diese werden zunächst einmal eine nach der anderen abgearbeitet. Es gibt einige Ausnahmen, die sehr wichtig sind und die wir noch kennenlernen werden. Dazu gehören insbesondere natürlich die Abfragen, die wir schon kennengelernt haben. Mit den Anweisungen if und else konnten wir dafür sorgen, dass manche Anweisungen unter bestimmten Bedingungen ausgeführt wurden. Andere hingegen wurden ausgeführt, wenn die Bedingungen nicht erfüllt waren. Wir haben auch schon die Dual-Schleife gesehen, mit der wir Anweisungen wiederholt ausführen können, bis eine bestimmte Bedingung nicht mehr erfüllt ist. Wir werden noch weitere Konstrukte kennenlernen, die es uns ermöglichen, von der sequentiellen Folge abzuweichen. Dazu gehören weitere Ablaufstrukturen, aber auch Definitionen von komplexen Strukturen, konkret von Funktionen und Objekten. Damit werden wir uns im Augenblick noch nicht beschäftigen. Wir betrachten hier zunächst nur unser sogenanntes Hauptprogramm, unser eigentliches Programm, das gewissermaßen von vorne nach hinten abschnurrt. Allerdings durchaus mit Abfragen und Schleifen. Ein Programm, wenn wir das jetzt einmal als Teil einer Grammatik aufschreiben, sieht zunächst so aus, dass es aus einer Anweisung besteht. Auf die Anweisung folgt immer ein Semikolon. Das wäre ein ganz elementares Programm, das aus lediglich einer einzigen Anweisung besteht. Das könnte es durchaus geben, ist aber eher selten. Oder aber eben es besteht aus einer beliebig langen Folge von Anweisungen und das drücken wir über diese Rückbezüglichkeit in der Grammatik aus, das haben wir schon kennengelernt. Dann haben wir also eine Anweisung, dann ein Semikolon und dahinter folgt der Rest des Programms. Und das ist dann eben wiederum eine Anweisung. Eine Anweisung, eine Anweisung und so weiter. Unser Programm kann also aus beliebig vielen Anweisungen bestehen. Das wäre ein ganz elementares Programm, das keinerlei Blöcke, keine if-Abfragen oder Schleifen oder irgend so etwas enthält, sondern wirklich nur sequentielle Anweisungen hintereinander. Wir müssen jetzt noch gucken, was es alles für Anweisungen gibt. Die werden wir alle noch kennenlernen. Dafür brauchen wir aber erst gleich noch die Blöcke, bevor wir uns den Anweisungen zuwenden können. Jede Anweisung wird in JavaScript, das sehen wir hier, mit einem Semikolon abgeschlossen. Wir werden mit dieser Grammatik auch sehen, an welchen Stellen kein Semikolon stehen darf. Üblicherweise schreibt man jeweils in eine Zeile nur eine Anweisung hinein. Man kann auch mehrere Anweisungen in einer anderen Zeile schreiben, aber das wird dann gerne auch mal unübersichtlich. Ihr könnt das machen, aber wichtig ist, dass ihr selber den Überblick nicht verliert, was ihr da eigentlich in eurem Programm tut. Und natürlich auch, dass die Tutorinnen und Tutoren verstehen können, was ihr da macht. Insofern tut euch und uns einen Gefallen und schreibt eure Programme übersichtlich, indem ihr, wie gesagt, nicht zu viele Anweisungen hintereinander packt. Es ist ansonsten ähnlich wie bei HTML. Die Struktur, wie ihr sie im Editor beschreibt, ist fast beliebig. Aber es hilft, wenn man sich an gewisse Konventionen hält. Dazu gehört insbesondere auch, dass ihr in euren Programmen Leerzeilen verwenden könnt, und zwar an beliebigen Stellen. Die machen nichts. Sie sind für die Ausführung des Programms ohne Bedeutung. Deshalb könnt ihr sie einfach verwenden, wo ihr wollt, und daher solltet ihr sie so einsetzen, dass euer Programm möglichst übersichtlich ist. Zum Beispiel könnt ihr mit Leerzeilen Sinneinheiten voneinander absetzen, indem ihr ein bisschen Platz zwischen ihnen lasst, damit man beispielsweise erkennt, wenn eine Folge von Anweisungen irgendwie inhaltlich zusammengehört. Da ist es dann ganz hilfreich, wenn man diese Zusammengehörigkeit auch erkennen kann. Und dafür können Leerzeilen dienen. Neben den elementaren Anweisungen haben wir im letzten Video auch schon Blöcke kennengelernt. Rechts auf der Folie sehen wir noch einmal, wie das in dem Beispiel aussah. Da hatten wir mehrere Blöcke in geschweifte Klammern geschrieben, auch ineinander geschachtelt. Ein Block, so sagt uns die erste Alternative der Grammatikregel, mit der wir Programm ableiten können, wird immer in geschweifte Klammern eingeschlossen. Das heißt, wir haben immer eine öffnende und eine schließende geschweifte Klammer, und darin kann wiederum ein Block stehen. Ein Block kann außerdem eine Anweisung sein. Das besagt die erste Alternative der zweiten Regel, die wir hier sehen. Wenn wir hier Block zunächst nach Anweisung, Semikolon, Block und anschließend Block nach Epsilon ableiten, erhalten wir genau diese eine Anweisung, wie wir sie hier hinter der If-Abfrage sehen. Wie wir die If-Abfrage in unsere Grammatik hinbekommen, sehen wir später noch. Um den Block hinter der Do-Anweisung hinzubekommen, müssen wir zunächst Block nach Anweisung, Semikolon, Block ableiten, dann Block noch einmal nach Anweisung, Semikolon und dann Block nach Epsilon. Damit haben wir dann zwei Anweisungen erzeugt. Wir sehen auch, dass wir in den L-Zweig hinein einen weiteren Block, eben den mit dem Do, geschachtelt haben. Auch das kriegen wir mit dieser Grammatikregel hin, indem wir zunächst Programm zu, geschweifte Klammer, Block, geschweifte Klammer zu und dann Block ebenfalls zu, geschweifte Klammer auf, Block, geschweifte Klammer zu ableiten. Damit haben wir dann einen Block innerhalb eines Blocks erzeugt, und das können wir nach Bedarf beliebig oft wiederholen. Blöcke werden anders als Anweisungen nie mit einem Semikolon abgeschlossen. Das heißt, hinter einer schließenden, geschweiften Klammer steht kein Semikolon. Das seht ihr in der Grammatik links auf der Folie auch. Hinter der Anweisung steht ein Semikolon, hinter dem Block steht keines. Auch hier sollte man sich wieder ein paar Gedanken zur Lesbarkeit des Codes machen. Ich habe das in dem Beispiel beim letzten Mal schon so eingeführt. Und hier seht ihr das auch nochmals. Ich verwende immer diese Einrückungen und die geschweifte Klammer, die hinter dem if geöffnet wird, schließe ich auf genau der Ebene, also spaltenweise gelesen auf derselben Ebene, wie das if geöffnet wird. Darunter in dem else-Zweig mit der darin enthaltenen do-while-Schleife wird das noch einmal deutlicher. Durch die Einrückungen ist sehr leicht zu erkennen, welche geschweifte Klammer zu dem do-while gehört und welche zu dem else gehört. Hätte ich das alles einfach linksbündig geschrieben oder im schlimmsten Fall gar alles in eine einzelne Zeile, wäre dieser Code sehr unübersichtlich. So aber findet man sich relativ schnell zurecht und sieht auch recht schnell, ob man irgendwo eine geschweifte Klammer vergessen hat. Der Editor hilft einem auch dabei, die geschweiften Klammerpaare zu finden. Ihr müsst einmal schauen, wie das in eurem Editor geht, aber es gibt da einige Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr nutzen solltet. Es ist also auf jeden Fall sinnvoll, in dieser Art und Weise mit Einrückungen zu arbeiten, weil man sehr schnell sieht, oh, da habe ich wohl eine schließende Klammer vergessen. Daher solltet ihr es euch unbedingt angewöhnen, mit Einrückungen ähnlich wie ich hier zu arbeiten. Ob man das nun jeweils um zwei Leerzeichen einrückt oder um vier oder lieber die Tabulator-Taste verwendet, das ist alles Geschmackssache. Ich mache üblicherweise nur zwei Leerzeichen, weil mir das ausreicht, um die Struktur gut zu erkennen, selbst wenn man einen langen Programmcode hat. Und auf der anderen Seite wird der Code nicht so weit eingerückt, dass er zu sehr in die Breite geht, da das dann oft auch nicht mehr so gut lesbar ist. Das ist aber wie gesagt Geschmackssache. Leerzeilen können wieder die Lesbarkeit verbessern, wenn ein Block sehr lang ist. Auch da kann es sinnvoll sein, innerhalb des Blocks einzelne Leerzeilen zu setzen oder auch vor oder hinter einem Block Leerzeilen zu setzen. Als nächstes wollen wir einmal den Begriff der Variablen formal erfassen und kennenlernen, wie diese in JavaScript aussehen, wie wir einfache Zuweisungen vornehmen können, also Variablen einen Wert geben können und auch Ausdrücke mit Variablen bilden können, das heißt, wie wir mit ihnen rechnen können. Zunächst stellt sich einmal die Frage, was eine Variable ist. Ähnlich wie ein Register bei der Registermaschine, kann eine Variable einen Wert speichern. Wir betrachten hier zunächst nur einfache Variablen, die immer nur jeweils einen einzelnen Wert enthalten können. Wir werden noch komplexere Strukturen für Variablen kennenlernen. Jede Variable muss, bevor wir sie verwenden können, deklariert werden. Das hatte ich auch bei dem Prätenzierungsbeispiel schon so erläutert. Mit der Deklaration teilen wir den Programm beziehungsweise der Umgebung, in der unser Programm ausgeführt wird, was bei uns immer der Webbrowser ist, mit, dass wir eine Variable mit einem bestimmten Namen benötigen und dass ein entsprechender Speicherplatz für sie vorgesehen wird. Unter diesem Namen können wir die Variable dann ab sofort immer ansprechen. Die Deklaration erfolgt immer mit diesem Wörtchen LED, das wir vor den Namen der Variablen schreiben. Wir hatten schon gesehen, dass ein Programm oder auch ein Block Anweisungen enthält. Es gibt eine ganze Reihe von möglichen Anweisungen und eine erste Art Lern, wir hier kennen eben die Deklarationsanweisung. Für diese sehen wir hier zwei Alternativen. Bei der ersten schreiben wir einfach das Wort LED und dahinter einen Bezeichner. Was genau ein Bezeichner ist, muss ich gleich noch erklären. Hier ist das dann der Name der Variablen. Bei der zweiten Variante folgt auf den Bezeichner ein Gleichheitszeichen und dann ein Wert. Damit nehmen wir dann gleich eine Initialisierung der Variablen vor. Das heißt, wir geben ihr sofort einen Wert. Tun wir das nicht, ist der Wert der Variablen zunächst einmal undefiniert. Unten auf der Folie sehen wir drei Beispiele für Variablen-Deklarationen. Eine Variable könnte beispielsweise Zahl heißen oder Zahl 2 oder auch Text. Mit diesen drei Programmzeilen hätten wir nun drei Variablen mit den entsprechenden Namen deklariert. Die erste Variable hätte einen undefinierten Wert. In der zweiten wäre die Zahl 17 gespeichert. In der dritten eine Zeichenfolge, bestehend aus dem Buchstaben H, A, L, L und O. In ähnlicher Weise haben wir das auch bei dem Potenzierungsbeispiel schon gesehen, wo wir ebenfalls Variablen initialisiert haben. Was genau ein Wert ist, müssen wir natürlich auch noch erklären. Variablen müssen immer, bevor sie das erste Mal verwendet werden, deklariert werden. Sie dürfen nur ein einziges Mal deklariert werden und dürfen nicht erneut deklariert werden. Und sie gelten immer nur für den Block, in dem sie deklariert sind. Wir hatten eben schon die Blöcke kennengelernt. Wenn wir innerhalb eines Blocks, also innerhalb von geschweiften Klammern, eine Variable deklarieren, ist diese Variable auch nur dort gültig. Außerhalb des Blocks existiert diese Variable dann nicht. Wir können die Variable außerhalb dieses Blocks nicht ansprechen. Das ist nicht möglich. Innerhalb des Blocks, in dem die Variable deklariert ist, darf diese Variable dann eben, wie gesagt, nicht neu deklariert werden. Außerhalb des Blocks könnten wir die gleiche Variable wiederverwenden, aber das ist meistens kein guter Stil und man sollte das in der Regel vermeiden, weil man sich damit selber herrlich verwirren kann und Code erzeugen kann, den man selber nicht mehr versteht. Das Wort Let muss, wie gesagt, immer am Anfang der Deklarationsanweisung stehen. Das Semikolon am Ende der Anweisung darf man natürlich auch nicht vergessen, auch wenn das an dieser Stelle nicht in der Grammatik steht. Aber wir haben ja schon bei den vorherigen Regeln festgelegt, dass jede Anweisung mit einem Semikolon abgeschlossen wird. Deshalb muss das Semikolon am Ende der Zeilen, die wir hier unten auf der Folie sehen, natürlich auch immer vorhanden sein. Die Bezeichner, also die Namen, die wir unseren Variablen geben können, sind weitestgehend frei wählbar. Wir haben auf der Folie eben schon drei Beispiele für Variablen-Namen gesehen und in dem Potenzierungsbeispiel ebenfalls. Wir können den Variablen auch Tiernamen geben. Wir können sie Hinz und Kunz nennen. Das ist vollkommen unsere Sache. Wir sollten sie sinnvollerweise mit Namen belegen, die uns verraten, was in der Variablen gespeichert ist. Wenn wir zum Beispiel ein Programm haben, in dem wir ein Adressbuch verwalten, in dem wir also Adressen speichern, würden wir für die Speicherung der Dienstadresse vielleicht sinnvollerweise den Bezeichner Dienstadresse verwenden und nicht Wurzelgrümpf, obwohl auch das ein zulässiger Bezeichner für eine Variable wäre. Wir würden diese Variable also so deklarieren, wie wir das hier unten auf der Folie sehen. Let Dienstadresse gleich und rechts von dem Gleichheitszeichen dann einen elementaren Variablenwert angeben. Das ist in diesem Fall eine Zeichenkette, was wir uns auf der nächsten Folie noch genauer ansehen werden. Anders als bei der Registermaschine, wo wir immer nur Zahlen in einem Register gespeichert haben, können wir in JavaScript nicht nur Zahlen speichern, sondern auch Zeichenketten und noch einige andere Dinge, die wir noch kennenlernen werden. Zunächst bleiben wir aber noch bei den Bezeichnern, also den Variablen Namen. Das erste Zeichen muss immer ein Buchstabe oder ein Unterstrich sein. Andere Zeichen sind dann nicht zulässig. Tatsächlich gehen auch einige andere, aber wir machen uns das Leben ein kleines bisschen einfacher und lassen nur diese Zeichen zu. Kleine und große Buchstaben und eben den Unterstrich. Als weitere Zeichen dürfen in den Variablen Namen außerdem auch Ziffern vorkommen, wie wir das auf der letzten Folie schon gesehen haben, wo ich eine Variable Zahl 2 genannt hatte. Nicht erlaubt sind andere Sonderzeichen und vor allem auch Umlaute. Variablen Namen können beliebig lang sein, es gibt also keine Beschränkung, wie viele Zeichen sie enthalten können. Deshalb kann ein solcher Name wie Dienstadresse durchaus verwendet werden. Üblicherweise benennt man Variablen immer mit Kleinbuchstaben, das ist eine Konvention, keine Vorschrift, und wir werden später noch sehen, warum man das tut, denn es wird andere Konstrukte in JavaScript geben, die wir mit Großbuchstaben benennen. Daher ist es ganz hilfreich, sich das von vornherein anzugewöhnen. Innerhalb des Variablen Namens werden durchaus auch häufig Großbuchstaben verwendet, und zwar immer dann, wenn der Variablen Name lang und kompliziert ist. Das sieht ein bisschen komisch aus, ist aber tatsächlich häufig hilfreich. Man verwendet dabei sogenannte Binnenmajuskeln, also Großbuchstaben innerhalb des Wortes. Diese Art der Benennung nennt man auch Camel Case, weil dort solche Höcker in den Variablen Namen vorkommen. Insbesondere wenn wir sehr lange Variablen Namen haben, die sehr sprechend sind und gut beschreiben, was da in diesen Variablen steht, wird das ansonsten häufig sehr unübersichtlich. Wir werden da noch diverse Beispiele kennenlernen. Diese Camel Case Schreibweise mit den Binnenmajuskeln wird uns noch mehrfach wieder begegnen, kommt also nicht nur bei Variablen Namen vor. Vor allem wenn wir Dinge benutzen, die es in JavaScript schon gibt, werden wir diese Schreibweise noch zu schätzen lernen. Was können wir nun über die Werte von Variablen sagen? Nun, das können einfache Zahlen sein. Die Zahl 17 zum Beispiel oder die Zahl minus 4711. Das wären Beispiele für natürliche oder ganze Zahlen. Ganze Zahlen sind positive oder negative Zahlen, die keine Nachkommastellen enthalten oder natürlich auch die Null. Dann gibt es Zahlen mit Nachkommastellen. Die schreibt man immer mit Dezimalpunkt. Also nicht 3,14159, sondern 3.14159 wäre eine solche Zahl. Oder minus 6.023. Wir würden dazu natürlich minus 6,023 sagen, aber wir müssen den Dezimalpunkt verwenden. Zeichenketten haben wir eben auch schon gesehen. Diese schließen wir üblicherweise in einfache Hochkommata ein. Auch darauf hatte ich beim letzten Mal schon hingewiesen. Wir müssen immer diese geraden Hochkommata verwenden und sollten immer die einfachen verwenden. Man kann auch die Doppelten nutzen, aber das hat gewisse Nachteile. Wenn wir später HTML und JavaScript miteinander mischen, da kann das zu großen Irritationen führen. Deshalb ist meine Empfehlung, in HTML immer die doppelten Anführungszeichen zu verwenden, wie wir das bislang auch immer getan haben, und in JavaScript immer die einfachen Anführungszeichen zu verwenden. Wichtig ist, darauf hatte ich schon mehrfach hingewiesen, dass wir immer die geraden Anführungszeichen, keine typografischen Anführungszeichen verwenden. Da muss man sehr genau aufpassen, dass man da nicht die falschen verwendet. Sonst funktioniert das alles von vorne bis hinten nicht. Dann gibt es noch logische Ausdrücke mit den Variablenwerten true und false, mit denen wir es relativ selten zu tun haben werden. Deshalb erwähne ich die hier nur ganz kurz, werde sie aber nicht weiter erläutern. Sehen wir uns dazu wieder die Grammatikregeln an. Ein Wert kann also entweder eine Zahl oder eine Zeichenkette oder ein Boulscher-Wert sein. Eine Zahl kann einfach eine Ziffer sein oder eine Folge von Ziffern mit einem Minuszeichen davor und sie kann auch einen Dezimalpunkt enthalten. Ziffern können die Ziffern von 0 bis 9 sein. Führende Nullen sind durchaus erlaubt und es kann beliebig viele Ziffern in einer Zahl geben. Boulscher-Werte können true und false sein. Und eine Zeichenkette wird in Anführungszeichen geschrieben in diesen einfachen Geraden, wie eben schon mehrfach gesagt. Und dazwischen stehen die Zeichen. Was Zeichen sind, hatten wir vorhin schon auf einer Folie gesehen. Deshalb wird das hier nicht noch einmal zusätzlich erläutert. Hier bin ich ein wenig faul gewesen und verschweige, dass innerhalb von Zeichenketten viel mehr Zeichen zugelassen sind, als die, die ich eben angegeben habe. Denn hier können auch Leerzeichen und Minuszeichen und Schrägstriche und Umlaute und ich weiß nicht, was alles verwendet werden. Hier ist also ganz viel erlaubt, aber ich möchte die Grammatik nicht überflüssig kompliziert machen. Im Großen und Ganzen kann man sagen, dass innerhalb dieser Anführungszeichen fast alles erlaubt ist, was wir möchten. Wir haben auch schon zum Beispiel gesehen, dass spitze Klammern und Schrägstriche verwendet werden können, nämlich im letzten Video bei dem Potenzierungsbeispiel. Dort hatten wir HTML-Code in die Anführungszeichen geschrieben und dabei diese Sonderzeichen nutzen müssen. Diese sind also durchaus alle zulässig, auch wenn das meine Grammatik hier jetzt nicht hergibt. Neben Variablen gibt es auch noch sogenannte Konstanten. Die sind im Prinzip fast dasselbe wie Variablen, nur dass sich ihr Wert nicht ändern kann. Er ist eben konstant. Deshalb heißen die Dinger so. Das sind einfach benannte Werte, die uns manchmal das Leben vereinfachen können, weil wir dann zum Beispiel nicht 3.14 oder 3.14159 und so weiter schreiben müssen, sondern einmal diese Konstante mit dem Namen Pi definieren können. Dann können wir sie in Zukunft immer als Pi bezeichnen und jeder weiß hoffentlich, was das für ein Wert ist. Man kann dann mit dieser Konstante auch rechnen, als wäre es eine Zahl, auch wenn wir sie mit einem Namen benennen. Konstanten schreibt man üblicherweise komplett in Großbuchstaben, deshalb habe ich Pi hier entsprechend groß geschrieben. So erkennt man im Programmtext sofort, dass es sich hier um eine Konstante handelt, deren Wert nicht verändert werden kann. Eine Konstante deklarieren wir ganz ähnlich wie eine Variable, nur schreiben wir Konst anstelle von Let. Zurück zu den Variablen. Deren Werte können nachträglich natürlich geändert werden. Dies geschieht über eine Zuweisung. Dies ist eine neue Art von Anweisung, die wir hier jetzt in die Grammatik einführen. Zuweisungen haben wir auch im letzten Video bei dem Potenzierungsbeispiel schon öfter benutzt. Am Anfang einer Zuweisung steht immer der Bezeichner einer Variablen, dann kommt ein Gleichheitszeichen. Also auf der linken Seite des Gleichheitszeichen steht ein Bezeichner, nämlich der Name einer Variablen. Auf der rechten Seite steht dann ein Ausdruck. Dieser Ausdruck kann wieder einfach nur ein Bezeichner sein. Damit können wir eine Variablen einfach einer anderen Variablen zuweisen. Dann haben beide Variablen den identischen Wert, was manchmal hilfreich sein kann. Wir können aber auch komplexe Ausdrücke auf der rechten Seite bilden. Wir können zum Beispiel auch so etwas rechnen, wie wir da unten auf der Folie sehen, Kosten gleich 2.5 mal Stückzahl. Wenn wir also eine Stückzahl haben, die vorher beispielsweise den Wert 82 zugewiesen bekommen hat, auch das ist eine Zuweisung, die wir da getätigt haben, dann bekäme ich jetzt Kosten, den Wert 2.5 mal 82 zugewiesen, also 205. Die Variable Textanfang hat ja einfach einmal ein Stück Text zugewiesen bekommen. Auch das geht also. Wir können Zeichenketten auch in Ausdrücken verwenden. Da wird es noch die eine oder andere kleine Irritation geben. Wie wir Zeichenketten aneinander hängen, haben wir schon gesehen, aber damit beschäftigen wir uns später noch einmal ausführlicher und werden dann sehen, dass es da ein paar Merkwürdigkeiten gibt. Je nachdem, wie wir Zeichenketten miteinander oder Zahlen und Zeichenketten aneinander hängen, kommen da manchmal überraschende Dinge heraus. Alle solche Dinge gehen nämlich in JavaScript. Andere Programmiersprachen sind da kritischer und gucken uns genauer auf die Finger, sodass man dort eine Zeichenkette und eine Zahl nicht so ohne weiteres miteinander verhängen kann. JavaScript ist da sehr großzügig, was allerdings eben auch eine gewisse Fehlerträchtigkeit mit sich bringt. Aber wir werden noch lernen, damit umzugehen. Damit sind wir dann auch schon durch mit den ersten Grundlagen. Wir wissen nun, was das mit Anweisungen und Blöcken auf sich hat und haben erste Anweisungen kennengelernt, mit denen wir Variablen und auch Konstanten deklarieren können und wie wir Variablen mithilfe von Ausdrücken neue Werte zuweisen können. Die Grammatikregeln, die ich angegeben habe, sind immer etwas vereinfacht, teilweise auch stark vereinfacht und erlauben nur einen Teil dessen, was in JavaScript möglich ist. Aber sie geben euch zumindest Hinweise auf so einiges, was möglich ist. Hier eine vollständige Grammatik für JavaScript anzugeben, würde allerdings zu weit führen. Mit diesen Grundlagen kann man sich nun das Beispiel aus dem letzten Video noch einmal ansehen und zu guten Teilen dann auch die Prinzipien dahinter erkennen. Die komplexeren Anweisungen wie Abfrage und Schleifen habe ich hier noch ausgespart. Mit denen werden wir uns im nächsten Video beschäftigen. Tschüss, bis zum nächsten Video.